Echt, Kichel? Wir haben es ja 2023. Ja, du kennst sie aus, ne? Ich denke schon. Ja. Ja, jetzt hab ich da mal zu lachen. So, dann wollen wir uns hier mal schon mal zurückhalten, bitte. Ja, dann wollen wir hier. So, äh, ja, wo haben wir noch ein Stückchen? Ach so, stimmt ja. Wir wollten ja so ein bisschen schneller, ne? Fangen wir mal an, 18 Prozent. Ich bin nah. Ja, ja, ja. Das war scheiße, wollt ihr nochmal? 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 Das war scheiße, wollt ihr nochmal?